Hi, ich war gerade im Keller und habe in dieser Kiste ein altes Filmchen entdeckt. Und irgendwie kam mir dabei eine Idee. Wir wollen ja eine Modenschau machen, um euch mal zu zeigen, was man mit unserem sehr hübschen MJT-Tuch denn alles so machen kann. Das ist das erste Modell Landfrauen und man sieht da, das ist eine perfekte Tragvariante für Ponyträger, die ihren Hinterkopf schützen wollen. Kühn, verwegen und männlich, der einbeinige Bandit. Ein modernes Modell mit leichtem Wildwest-Einschlag, hier ist das Modell Pocahontas. Und hier sehen wir ein Modell zur Vorbeugung des Sonnenbrandes bei Glatzenträgern, das Modell Sunbreaker. Das Multifunktions-Tuch vom MJT ist wirklich Multi. Man kann sehr viele Sachen damit machen und es ist einfach genial, dass wir es haben. Lange ist es her, aber in diesem Frühjahr erlebt euer MJT-Tuch seinen zweiten Frühling. Wir haben euch damals ein Modell noch nicht vorgestellt, und zwar die MJT-Maske, die jetzt hochaktuell ist und voll im Trend ist. Das gleiche gilt aber auch für die IOT, EOT und IKT-Tücher. Der Vorteil ist hier ganz offensichtlich. Wir können Erinnerungen nochmal hervorholen und tragen unseren Glauben auf den Lippen. In diesem Sinne bleibt gesund und fröhlich. Und ich hoffe, es gibt ihn für die IOT-Gümbel. Und wir müssen das immer noch nicht mehr über uns. Wir können die IOT-Gümbel-Beteil oder ein sehr, sehr gut über uns. Untertitelung des ZDF, 2020